Sind Schäden durch Hochwasser eigentlich in deiner Wohngebäudeversicherung mitversichert? Mit diesem Mythos räumen wir heute auf. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Mein Name ist Nico. Dieser Mythos hält sich hartnäckig. Im Basisschutz der Wohngebäudeversicherung sind Schäden, zum Beispiel durch austretendes Wasser, Leitungswasser, auf jeden Fall mitversichert. Sobald es aber um Hochwasser geht, brauchst du einen Zusatzbaustein, nämlich den Zusatzbaustein Elementarschäden. Diese schützt dann nicht nur vor den finanziellen Folgen, zum Beispiel durch Hochwasser, sondern auch denen vor Erdrutsch, Erdbeben, Rückstau, Schneelawinen und Schneedruck. Das heißt, solltest du in einem Hochwassergebiet und einer alpinen Gegend wohnen und dich vor dementsprechenden Schäden schützen wollen, dann unbedingt darauf achten, dass in deiner Wohngebäudeversicherung der Zusatzbaustein Elementarschäden mitversichert ist. Das war es kurz und knapp zu diesem Video. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit diesem Mythos aufgeräumt habe. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Bis dahin und ciao! Bis dahin und ciao!